willkommen zur nächsten folge talusprinzip wir waren hier stehen geblieben und das haben wir auch schon mehrmals gemacht das mussten wir jetzt nur wieder machen weil wir es hier nicht geschafft hatten wünschen bin ich da drin schon schneller meister drauf ich lassen rüber was so gut programmiert ich kann auch ein bisschen den spiel vorspulen spielen bisschen boosten so das ausrichten er geht rüber das kann ich hier zu ihm rüber kann rüber fliegen magical fly und dann nehmen wir den dort den da oben verbinden und dann gehen wir wieder hoch stellen sie hin gibt es ja nicht die aus dass wir falsch gemacht das wieder hier drauf ausrichten also stimmt ich muss ja genauso vergessen meins da wird er immer gelöscht kann ich alle so sehr mögen so ist es hier drauf ich war mir das austauscht legt ihr drauf den linken drauf jetzt kann ich ihn nehmen so das ist echt der beste aufzug ever der hat keine schiene der geht einfach er geht einfach so so dann wird das das war mein keep hier ähm genau legen wir jetzt vertrauen hier hin nimmt den so denn wir wollen nicht dann wird den decken hier drauf springen drauf so nehmen den neck springen stören das weder gehen her und drücken den coolen magischen aufzug der ohne schiene geht das ähm stimmt ja genau hier bin ich erstmal nicht weiter gekommen ich glaube aber so zu ich weiß dass du nur die Wahrheit suchst, aber wenn du bleibst, können wir unsere eigene Wahrheit erschaffen. Komm zurück, wende dich ab. Können wir unsere eigene Wahrheit erschaffen. Und aufstehen schon wieder. Nimm, drichtet aus und geht drauf. So. Das kann ich, also ich kann das Spiel immer ein bisschen boosten. So. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen. Das sind nicht Übertreibungen im Boosten. Ups. Mein Ernst? Mein ernsthafter Ernst? Ist der nicht gerade auch irgendwie runtergefallen? Krass. Ah, das kann das eigentlich sein, dann schau wie hier. Riecht jetzt aus, lege ich jetzt drauf. Ups. So. Knapp drücken. So. So. Dann nehmen wir den. Ach, das stimmt. Das stimmt. Und wieder den. Es geht da drauf, stellt sich drauf und dann kann ich wieder auf die andere Seite. Genau und jetzt machen wir, richten wir den unteren auf den oberen aus. Und wenn ihr wissen, warum ich das halt schon weiß, schau einfach in die letzten Folgen rein, ich habe das schon mehrmals gemacht. Das habe ich echt nicht so einfach, so. Äh, das habe ich schon wieder falsch gemacht, das passiert mir übrigens jedes Mal. Ich stelle es drauf, gehe auf den Knapp, Knapp fährt rüber, der Tausch steht aus. So, seht ihr, ich bin langsam schon in diesem Zeit-Up-Time da, bin ich inzwischen schon gut. Ah, dazu ist dieser Ventilator. Der Ventilator, der drückt ihn zurück. Jetzt habe ich den gecheckt. Ähm. Einmal den hier hin. Das nehmen, das drauflegen, draufspringen, wieder nehmen, hochtransportieren lassen. So drauf. Ähm. Kann ich irgendwie von der anderen Stelle das noch? Ja. Ich weiß es noch nicht. Äh. Ich will doch auch, ich weiß es nicht. vielleicht umschalten. Da ist er ja. Hm. Die Frage ist, äh, ich kann ja klar da durchlassen, gerne hier. Ja. Wie schaffe ich es, dass ich die Dehnder da sperre? Da muss ich da unten rauf oder so? Ich meine, da kann ich ja wieder hoch. Nein. Kann ich ja auch wieder hoch? Kann ich klar, aber es bringt mir nichts. Ah. Was denn, wie soll ich das denn machen? Das Ding ist so schwer. Boah, ich komme mal auf die eine Stelle, weiß nicht weiter, wie es weitergeht. Komm raus. Wie bist du? Komm wieder drauf. Mal wieder rüber. Auswählen, auswählen, hinsetzen. sowas so so spüren zwischen schon viel Hm. So. Das haben wir auch. Jetzt mache ich das mal falsch. Hm. Das ist klar. Magical Austausch. Spulen. Tausch aus. Komm her. Du brauchst es wieder wegfliegen. So. So. Einmal meiner. Ich komme gleich drum. So. So. Einmal hoch. Das hier wird mich noch lange verfolgen, glaube ich. Woher soll ich wissen, wann der unten ist? Ah, jetzt Sonnen. So. So. Ups. So. Fast. Version steht da auch. Version 8. 2. 2. 3. Also. Einig. Das sind so ein paar Version-Dinger. So. Was ich immer nicht geschafft habe. Wie kann ich den da hinten blocken? Ah. Kann ich das. Wie soll ich den denn da ausrichten? Ich meine. Das wäre jetzt vielleicht so möglich gewesen. Aber dann. Das geht hier schon wieder nicht. Aha. Was kotzt mich an? Ich klinge nicht, was ich irgendwie nicht... Hm. Ach. Ich komme nicht drauf. Es ist ja kein richtiges Rätsel. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es stört mich nicht das zu, damit es so geht. Wir spulen. So. So. Gehen wir hoch. Warte mal. Was? Ich habe das ja. Ach. Ich habe das ja. Ja, genau. Ich habe das ja. Ich habe ja noch gar niemand verwendet. Kenne dann. So. ok ok Das gibt's doch nicht. Ist mir gerade ernsthaft der da runtergefallen? Oh. Ah, das war gut programmiert, aber ich komme, ich weiß nicht, wie es weitergeht, genau. Da komme ich auf die Lösung, hey, das ist irgendwie alles nicht schwer. Aber ich kann irgendwie ja nicht mit die Ecke das deaktivieren. Achso, ja, aber die Folge ist vorbei. Bis zur nächsten Folge und, ja, dann bis zur nächsten Folge und tschau. Bis zum nächsten Mal.